Nein! Du Dreckige! Nein! Oh, gerade so. Oh, wo haben die denn gebaut? Ah, nice, da ist ein Wüstentempel. Huhu, da brauche ich mal kurz ein paar Sachen. Wir bringen Sand mit. Warum fällt es jetzt nicht um? Ach so. Ja. Also, wir haben auch das Plugin drin, dass die Bäume halt eigentlich so geil umfallen, aber dieser Baum möchte jetzt gerade nicht geil umfallen. Ja, auch nicht. Ich frage mich immer, wieso du das so oft sagst, aber du musst es ja wegen der Aufnahme nochmal sagen. Genau. Apfel, Apfel, Apfel. So, Manu, bei dich, äh, bei dich. Bei uns zu Hause wartet für dich eine komplette Eisenrüstung mit dem Eisentrap. Hammergeil. Hol' ich mir gleich ab. Nur, ich möchte erstmal jetzt hier ne Schaufel haben. Hol' ich mir kurz ein bisschen, ein bisschen Klumpatsch. Und dann geh' ich dann nochmal in den Wüstentempel rein. Was? Kommst du mit zum Spawner? Ne, ich geh' noch weiter unten in die Höhle. Wo geht es dunkel hier? Ja, ich geh' noch in die Höhle rein und warm noch weiter. War da noch nicht fertig. Ich hab' noch keine Fackeln, ne? Reicht ein 30. Oh, reicht. Oh, es war schon wieder dunkel. Also, ich verlier' auch mega viel Essen. Also, das, das... Ne, wir können nicht auf einfach spielen. Das muss echt irgendwie dran liegen, noch wegen dem... wegen der Map. So, Freunde der Sonne. Wo geht's denn hier rein? Voll die Kacka hier. Ach nö, hier war schon jemand. Na ist klar, die Gras nehmen wir alles weg, ne? Boah, ich dachte mir, voll geil, jetzt kann ich mir... Mal kurz was, was, äh, snacken da. Ne, nein. Oh, ich hab' nur... Ja, dann geh' ich gleich wieder drauf, ey. Wann wird, äh, wann verteilt unser unabhängiger Atmen die Küssen? Ab nächster Woche erst. Boah, Alter, komm ab. Na geil, ey, ist der wirklich schon wieder, oder was? Äh, momentan machen wir das noch nicht mehr in Challenges. Aus dem Grund, weil wir momentan nur zwei haben. Und zum Beispiel Leute wie Vincent, die sind in der ersten Folge achtmal gestorben. Lalalala, ich gar nicht. Lalalalalala. Nee, du bist erst jetzt insgesamt fünfmal gestorben. Ja, aber auch in der ersten Folge doch von vier. So, Marla, muss eh gleich nur noch einmal sterben, dann bin ich wieder führender. Ich bin auch gleich wieder tot. Ja, gut. Ja, wie viel Herzen zieht denn der? Ey, hier gibt's echt nichts zu essen, hier sind nirgends Tiere. Ich glaube, wir haben uns echt den beschissensten Bauplatz aller Zeiten ausgesucht. Vielleicht sollten wir auch weiter nach, äh, Süden gehen. Weil das da alles nicht mehr ganz so hoch ist. Da ist auch... Oh, lass dich nicht jetzt schon wieder umziehen. Nein. Nein, ich meine nur, weil da sind halt zwar auch Berge, aber eben auch viel so Flachland. Wo man dann halt auf ein paar Tiere treffen kann. Loll, ich wollte hier nicht unter, ich hab doch... Weil das ist irgendwie echt schon krass, weil es sind schon... Alle sind irgendwie schon zweimal mindestens gestorben. Ja, aber das ist ja die Herausforderung hier, ne? Ja, klar. Ja, eben, wollte ich sagen. Ah! Oh, das hab ich gehört! Okay, das Loch kann ich jetzt gar nicht zumachen, weil ich brauch die Erde gerade. Ach, mein Nase. Alter. Hey, Skelett. Skelett. Danke. Arjuna, wir müssen noch nicht... Oh, hier ist ein Schaaf. Hier, äh, Quatsch. Äh, ein Schwein. Ich hab nur ne Schaufel, geht weg. Nein, ich hab nur ne Schaufel, geht weg. Nein, geht weg von mir! nein los schwein verteidige mich gar nur noch einen halben hungerbalken haben nur noch zweieinhalb herzen du hungerst wenn du kein essen mehr hast auf fünf herzen runter ich habe nur noch drei so hier ist nämlich dann die fläche wo nämlich der vincent bauen wird mit seinem kameraden und hier gammeln erstmal schön drei creeper ab würde ich sagen wir haben sogar schon die kuh eingezäunt das ist wirklich mehr geil wo die hier bauen wir sind auch solche idioten wir suchen wir suchen platz nach wo kann man am geilsten bauen vielleicht erst mal nach am geilsten überleben ja also hier ist halt eine mega große fläche hier spawnen mega viele monster also das ist echt übelst krass die spielen garantiert irgendwie auch schwer vor allem hier hier ist halt so eine mega große freie fläche wo die hier wohl bauen und drumherum die haben sich halt wieder so ein mega geiles tal hier gesucht und das sieht halt so übelst geil aus einfach nachkommen jetzt haben wir es bitte lasst mich einfach jetzt in ruhe ein hühnchen hallo hühnchen ich glaube ich bin gerade in der mine wo kommer schießt mich da ist ja jo da war mein nächster tod sehr gut ich bin so dämlich so dann komme ich jetzt wieder nach hause gelaufen würde ich sagen also ehrlich gesagt mit dem spinnen spawner will ich mich jetzt hier nicht anlegen ne ne boah alter alter ich dachte da hat sich schon wieder irgendein creeper irgendwie eine lunte angezündet ey aber zum glück alles aber Jonah ich überlege gerade echt ob es irgendwie wirklich produktiver wäre wenn wir irgendwo nach nach süden ziehen weil das ist da ist du bist bekannt dafür dass du immer umziehst nein ich meine einfach jetzt wegen ja blablabla wegen den tieren halt ist auch so ein tier ja ich bin echt ein tier wuschi ey java greift mich an ich hasse diese grünen viecher man wer ist der über mir ich höre ich bin ey scheiß er hat noch jedes mal für ein fischhalte zwei skelette ah beide verfehlt noobs so wieso ist eigentlich dein leider ohne witz Leute wenn wir hier schon drauf will ich nicht wissen wie das im netter ist ja das wird übel weißt du was ich mache jetzt einfach mal was ganz produktives leuchte einfach mal die komplette gegend aus weil dann sporki auch nichts gute idee ich höre irgendwas glibbern ich höre irgendwas glibbern ey stanny lp joins the jing joins the game the joins the game nein das ist jetzt nicht dein ernst okay die hexte bekomme ich mit dem buch bleib weg von mir du arschkeks hallöchen meine freunde wie geht's ich bin nur auf durchreise habt ihr was zu essen das wäre nein auch keine melon ich warte ne aber ich hab ich mach gerade knochenweh aber ähm vor uns ist ein skelett und ein creeper vor der haustür ich komme gerade also nicht raus dann komm ich höre nicht rein doch warte warte ich mach grad die mega taktik immer Tür aufschlagen Tür wieder zu boah wo du überall so deine mega taktiken hast ne minecraft und auch noch daisy du hast überall deine mega taktiken oh ja so die haustür muss jetzt mal eben offen bleiben boah was ist das für ne verkackte Höhle ey äh so ich glaub Yves du musst mal Schluss machen ne weil wir haben schon 24 Minuten wie viel Minuten? 24 ja dann nehm ich die nächste Folge halt auch direkt mit auf ist doch scheiße schalte ja aber Jun und ich werden ne Stunde aufnehmen dann sag mir bei 40 Minuten Bescheid ja alles klar wow alter ich bin grad so ganz gechillt weißt du so ganz 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 gechillt am pflanzen von Samen ich bin grade am Feld mit Samen so richtig hart abspritzen und dann kommt so ein scheiß Creeper da an ja der ist da auch noch der ist da auch noch ja ich weiß da flieg und siegen so ich bin grad hinter dir ne ja ich weiß guten Tag hier rein und nimm deine Sachen aus der Kiste rechts oben drin ouch achso ja ok alles klar dankeschön nicht schon wieder hä? na ich bin raus geflogen ich auch was soll denn das immer der Server ist echt scheiße ja vor allem das ist uns das ganze Jahr schon mal passiert Alter ach jetzt baust du hier auch nochmal was an Digga ganz ehrlich du bist echt ein kleiner Hohn man du hast so kleine Eier mit deinem Megapfeil Mano wir müssen demnächst dieses Loch reparieren aber vorher Melono ey Melonos pflanzt du ein paar bei uns hier an? in unserer nein du dreckige nein oh gerade so Alter du brauchst 3 Hits da oben steht noch ein Creeper den guck ich jetzt genau an während ich was mache ich muss mal kurz am Bein kratzen was ist das denn machen? willst du dir? am Bein kratzen ok puh so ne das ist Kies Kies will ich nicht haben hallo? ja wunderschön hast du ein paar Melonos? nein ich habe alles gerade verpflanzt äh Yves habt ihr was zu essen? ne hm das ist doof wir müssen mehr Skelette gehen gib mir mein Bestes in der Höhle wenn ihr ein Skelett geht um bei dem Körper ja ich nehme mir mal die Angel von euch raus was nimmst du? die Angel ja mach das ich gehe jetzt angeln ich gehe Fische holen ja nehm mal hier den Unfall reparieren ja mach das warte so aber auf jeden Fall sind wir nicht die Einzigen die da momentan so Probleme haben aber es ist eigentlich logisch dass so die ersten paar Folgen chaotisch werden bei jedem ja aber ich meine so oft sterben das ist schon hardcore naja wieso sollen wir es uns auch einfach machen? ja aber schwer finde ich nicht so sehr ja Mann ist auch ne Pussy ja sicher ja der spielt auch jede Story immer auf der einfachsten Schwierigkeitschube ja sicher ich bin ja auch ich finde das gerade geil was hier so ist auch wenn man sich ja drüber aufregt aber das hat echt was ja also normal finde ich okay ja wenn das ist halt echt ein bisschen zu hart also gerade halt für den Anfang wenn man halt ein bisschen mehr hat dann ist ja okay ne aber jetzt so viel anfangen ist halt schon mega hart hot hot ja komm 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 ja ah ich habe auch schon Zuckerrohren ne ich habe gerade ne Wasserflasche geangelt ne Wasserflasche geangelt ne Wasserflasche geangelt ne Wasserflasche geangelt ich habe einen Haken heute geangelt ja oh Gott ja du angelst alles ne Haken 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 Die Regel ist auch irgendwie scheiße. Ja, aber ich mein, warum soll man denn jetzt für drei Wochen noch so was aufnehmen und dann ist man... Alter, ich hab doch jetzt rechtzeitig eingezogen. Ähm, und dann ist man halt so gar nicht mehr up to date irgendwie. Das find ich auch ein bisschen doof. Ja, ja, ja. Sag mir einfach Bescheid, was bei den Fischmogen war. Ja, ja, ja. So, komm, ran jetzt hier, Fisch. Melonen grad im Sonderangebot. Oh, ich brauch' vielleicht, Alter. Ich hab' solchen Hunger. Ja, ich pflanze auch grad neue. Aber wir haben auch schon ein paar. Ja, und lass mal ein paar rüberwachsen. Weißt du, an Ressourcen können wir uns echt nicht beschweren, ne? Komm, da oben steht ein Creeper, ne? Das weißt du? Da hat's grad in dem Lone gewachsen. Warte, komm erst mit, komm erst mit. Ja, ja. Warte. So, Manu, ich meine jetzt ein bisschen. Was meinst du, wieviel ich jetzt finde? Wahrscheinlich wieder hast du so'n Glück. Und du findest so mega viele Dias. So. Jetzt kannst du deine Pongoleister mal komplett voll machen. Ja, mach ich. Fann ich jetzt zwar nicht, aber du musst rein. Und du hast es nötiger als ich. Ach ja, ich hab' noch eine Melone. Baust du noch eine? Ja, dann gib mir eine. Bitteschön. Ich bin nicht schaden. Auf welcher Höhe bin ich eigentlich mal nicht frisch? Ja. Wir teilen hier brüderlich, ne? Ja, aber kümmer du dich am besten irgendwie weiter umsuchen und was weiß ich was. Ich kümmere mich gerade hier so um die haushaltlichen Sachen wie Essen und so weiter. Ja, ja. Jona, die kleine Gay-Küschen-Fee. Ja. Ähm, ich... Ich angehe hier gerade. Dein... Dein Kollege... Dein... Dein Kollege... Sagt gerade... Warte, wie heißt Dennis... Ähm... Ach fuck, wäre nicht OP. Moment. Secret Gaming TV. Ja, wie heißt der... Er sagt ja, es wäre nicht auf der Whitelist. Ähm... DC Style 98. Alles gut geschrieben. Ist er auf der Whitelist. Ist er eigentlich auch. Also er muss nochmal versuchen raus zu joinen.